Hallo und willkommen zu Varios mit Jonas. Pommes. Hallo. Wie ihr ihn nennen wollt. Ja, ich bin drauf. Ich hab deinen Namen falsch geschrieben. Okay. Du kannst nicht die Schutzseite... Ne, die Schutzseite immer nicht. Ich dachte kurz. Du hast aber noch recht auf der rechten Seite zwei Kills, aber ich denk mal ein Restart und dann ist das hier fix. Ich guck mal wo die Höhle ist, ne? Jo, jo, ich farm. Sad. Also er meint, der Skat-Manuel-Agenda da war wahrscheinlich erst beim nächsten Restart. Hab ich dann meinen dritten Kill auf der Seite. Auf der anderen Seite hört man Lava. Das ist auch sick. Okay, ja. Ich versuch mir mal zum Zombie zu graben oder so. Aber ich hab das Wasser. Ja, ja. Das Anstieg hat er auch ausgestellt, aber auch erst beim nächsten Restart. Oh, die Border ist direkt neben mir. Die okay, die wird kleiner, die wird kleiner. Ja. Ja, je tot. Zwei Blöcke. Und grad ist jemand gestorben. Loll. Ja, deswegen wurde sie auf einmal gleich. Ich hab auf einmal gesehen, dass sie rot wurde. Ist bei dir ein Creeper explodiert? Die zwei. Okay. Dann bin ich erleichtert. Und drei Zombies sind hier. Ich habe Federn, Jonas. Habe ich auch gehabt. Ah, ich hab immer noch Anti-Cheat-Bug, aber ja, da haben wir ja schon mal mitbekommen. Ja, wie gesagt, wenn's restarted wird. Richtig. Kenn ich ja noch von früher, damit die Plugins auch erst einmal neu geladen werden. Ja, das ist ja auch mit den... Wahrscheinlich mit dem Word-Border ist ja kein normaler... Äh, nicht Word-Border. Mit dem Border an der Seite ist ja kein normaler, sondern... Über Plugin. Vier Kills schmeckt. Drei ist auch akzeptabel, auf einer Seite noch zwei steckt. Sieben Kills ist immer noch ein geiler Wert. Aber wie gesagt, die Projektleitung ist hier sehr sympathisch. Oh ja. Ähm, also da können sich Projekte in der Scheibe abschneiden. Ich hab Wasser. Hatte ich auch schon, aber ich hab kein Wasser-Eimer. Ah. Ja, jetzt kann ich den Ton leiser machen. Nur das Wasser bringt... Also das bringt hier nix, denn das ist voll weit oben. Also hier sind keine Dias. Ich hab Gamma nicht so'n bisschen hoch gestellt, weil mir ist alles dunkel noch. Hat sich wieder geändert, wo ich wieder Helligkeit auf den... Waren rumgeschraubt habe. Also am Minecraft-D. Ne, meine ist wie immer auf 1000. Hm. In den Regeln steht ja dazu nix drin zu wie hoch. Und wenn doch, es steht nicht im Regel-Channel. Ich bitte das Admin-Team drum, falls es doch nicht erlaubt ist, Regeln bitte in den Regel-Channel zu schreiben, sonst ist es halt keine Regel. Was da nicht drin steht, das ist halt nicht richtig. Die Regeln sind an sich sehr schwammig formuliert. Wir dürfen dann keine Details irgendwie zugeben, so wie ich gelesen hab. Kritisch. Deiner? Ja, ja. Drei Creeper hier wieder. Am Werk. Ja, lass alles... Ich hab mir dann beinahe Lava gefallen, weil ich... äh... Zuck gemacht wurde. Ja, nur beinahe. Alles gut. Selbst wenn ich hab Wasser. Ich bräuchte Kohle. Kohle. Ja, brauche ich auch. Ich hab fast einen Steck Eisen. Ich hab schon mal in manche öffentliche Essen gepackt, aber... Ohne Kohle, Kohle bringt das nix. Bei mir steht an der rechten Seite des Strikes einer. Ja, bei mir auch. Ja, ganz toll. Ja. Eben bekommen. Wegen Anwesenheit. Und so. Gut. So, und bist du Florei? Ne. Ne, ne. Bin ich nicht. Lüge. Ja, meine Steinpick ist immer wieder kaputt. Ich hab Eisen. Hätte ich gern, aber ich hab kein Dings. Und ich möchte kein Holz dafür opfern. Ich warte auf. Da ist ein anderer Spieler. Das bist du gar nicht. Wo denn? Äh, der ist hier bei mir. Über... Ich brate schnell das Eisen durch. Wo denn? Ich kann die Korts... Ich seh ja die Korts nicht. Ich weiß noch nicht, wo du bist. Ah, ich seh seinen Namen auch. Ich seh seinen Namen auch. Ja, okay. Äh, lol. Gleich zu ihm. Nächsten Kill? Äh, ich hab keine Rüstung. Oh, stimmt. Warte. Kommst du zu mir? Ich schmelze kurz. Okay, bau dich ein, bau dich ein. Erst bei mir. Ich krieg ihn locker. Ich krieg ihn locker, Flo. Du kriegst ihn locker? Was für Rüstung hast du denn? Äh, fast, obwohl I will. Soll ich hochkommen? Alles gut. Ich brauche Eisen und Essen. Ja, wenn der jetzt zu mir kommt, bin ich tot. Er ist direkt unter mir. Bist du Full-Eye Win? Ja. Okay. Er ist safe auch Full-Eye Win, Jonas. Komm. So. Ich stoße jetzt zu dir. Wo seid ihr? Äh, 3-300, 150. Ist nur noch der Rote, der das ist. Das bist du. Du bist bei ihm? Nee, nee. Ich bin in der Schlucht. Ah, du warst gar nicht in der Schlucht, wie ich? Nee, nee, nee. Ist du grad was? Ja. Bin hier neben dir. Er war hier unten noch vorher. Wo ich mich hier hochgesteckt habe. Hier, guck mal hier. Ich weiß gar nicht hier. Versuch dich mal zu mir zu grauen. Hier ist eine Höhle. Und hier war er auf jeden Fall. Dann ist er noch in der Höhle. Ja, hier grenzt direkt eine Schlucht an und alles. Dann suchen wir mal. Deiner. Ja, ja, ja. Alles gut. Hi. Ja, ja. Ich verscheide mich trotzdem noch. Come on. Hast du fuckern platziert, ja, oder? Ja, ja. Jetzt grad nicht, hab ich keinen Kohle aus. Du gibst fuckern für Kohle aus und ich kann nicht schlafen. nicht schmelzen, ne? Die hatte ich nur von Anfang Zeit. Du baust ab, ne? Ja. Ah, hier bist du. Ich bin immer noch nicht full Iron. Vielleicht kann der schnell voll Iron machen. Ich hab noch 22 Eisen. Ich glaub ich hab da oben seinen Namen gesehen. Ich bin aber grad unsicher. Ja. Oben weiter, oder? Ja. Aber ich bin mir unsicher. Was fehlt dir da? Was fehlt dir? Helm und, äh, Schuhe. Ne. Ich glaub ich hab mir nur einen gebildet. Wo willst du? Ich hab. Ich komm wieder runter. Da bist du. Optimal. Jetzt sind wir beide full Iron und der AF wird gleich gekickt. Da müssen wir, wenn er gekickt ist, unsere Sachen sammeln, Jonas. Und umziehen. Aber es lohnt sich jetzt nicht in eine neue Höhle zu gehen. Aber wir haben nur noch 5 Minuten Zeit. Wir können schon mal hoch gehen. Und dann können wir uns nächste Folge irgendwo runter bauen, Jonas. Dann würde ich sagen wir jetzt zurück zur Base. An sich die wir bisher sehr sehr klein. Stimmt, ja. Wir haben ja eh nicht so viel in der Base. Ich weiß gar nicht wo die war, aber die auch. Ich hab. Also ich bin in der Base. Ja, ich chill noch hier kurz hier unten. Ich hab sein Slipman in Gang gefunden. Ja, ist sein Slipman in Gang. Und wann hinterher? So hab ich definitiv nicht gegangen. Ist nirgends vorbei. Er wurde nicht gekickt. Aber müsst ihr ja bei mir stehen auch, dass er zu nahe ist. Nein, nur bei ihnen müsst ihr das stehen. Du wirst ja noch nicht gekickt. Ich renne ja grad durch die Gänge und ich mein... Dann ist er bei mir. Hier. Nee, ich renne ja durch die Schlucht und hier ist nirgends. Ja, dann ist er bei mir vielleicht. Ich steh grad nur auf der Stelle in der Base. Er sollte lieben. Er sollte lieben. Wenn er jetzt nicht im Kampf ist. Warte. Jonas komm her, dann gehen wir wieder hoch. Ja, okay. Ja, okay. Weil dann wissen wir ja, wenn er dann nicht runter geht, dann ist er nicht bei uns. Soll ich dich abholen? Klar, ich bin... Wirst du was mein Kost wissen? Minus 235, 169. Da war so ein Slipman in Gang. Warte grad Gold, weil ich mir Gold abgemachen kann. Ich war bei der Base, sonst verlieren wir... War der Creeper noch? Ja, bei mir. Sonst verlieren wir die Base. Ich hab Melonen, die behalte ich mal lieber. Ich hab deinen Namen bei, glaub ich, kurz gesehen. Ah, da hinten ja. Warte. Ja. Ich konnte ihn ewig lang nicht hitten. Weird. So, dann gehen wir jetzt hoch. Komm. Ich sag das gleich mal. Dass er nicht gelieft ist. Warte, wie... Wie lang haben wir noch? Wait. Wir haben noch zwei Minuten. Ja. Bau du mal einen Weg nach oben, Jonas. Nicht über den Keys, nicht über den Keys. Ja, hier oben ist schon ein Ausweg über den Floor. Achso. Na da. Ja, hier ist schon ein Tageslicht. Hier ist schon ein Tageslicht. Ja, hier ist ein Tageslicht. Gut, dann komm ich hoch. Ja, wo ist dein Tageslicht? Nein. Siehst du gar nicht, würde ich den Gamma. Ja, will ich ja auch gar nicht sehen. Ich darf einfach den Weg weiter nach oben. Oh, da kommt mit Wasser runter. Sorry. Alles gut. Ja, dann geh ich nach oben. Ja, das kommt auch nach oben. Wir kommen einfach nach oben irgendwie. Wir müssen nächste Folge umziehen. Dann haben wir nächste Folge nicht so viel Zeit verschwendet. Mit den hochbauen. Ich glaub doch nichts. Was? Ich muss mich hochbauen. Da waren so viele Mobs, ich konnte mich hochbauen. Ich bin jetzt oben. Die Nobodies, ist er das? Ne. Das ist der Admin. Achso. Ja, ich bin jetzt oben. Ich auch. Optimal. Deine Kotsche? Ich bin hinter dir. Ach, da bist du ja. Ja, dann mach mal kurz aus. Bei dir, falls du die gerade anhast. Ne, hab ich schon. Optimal. Okay. Versteh ich nicht. Ich geh kurz an Land. Du wirst auch nicht gekickt. Ne. Ich kann keine Blöcke mehr platzieren. Ich auch nicht. Egal. Wir lieven jetzt. Wir müssen eh runter, Jonas. Du besitzt den Combat-Log-Status. Du wirst automatisch gekickt, wenn dieser entfernt wird. Was? Wenn du was hast? Äh, Combat-Log-Status. Hä? Warum? Keine Ahnung. Wo stand das denn bei dir? Äh, über... Wenn ich ausgelockt wurde. Du besitzt den Combat-Log-Status. Du wirst automatisch gekickt, wenn du... Wenn dieser entfernt wird. Ah, ja. Ja, steht bei mir auch. Äh. Aber wenn ich jetzt liebe, sterbe ich auch. Nein. Wir sind doch vorhin auch gelieft. Ja, ich sehe ihn in der Mitte. Da fliegt er. Äh. Eh. 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 Dann nicht. Das hat verzögert. Die Verzögerung. Okay. Okay, dann bleiben wir noch drauf. Ja. Ja. Was machen wir jetzt die Folge? Ich... Ich gehe da drüben auf die Fläche und bock Kies ab, Jonas. Kommst du mit auf die Fläche? Oder... Kannst ja noch Tiere schlachten oder so. Such du mal Spinnen! Äh... Ja, aber jetzt ist ein diesheitliches Tag. Ja, habe ich natürlich erkannt, dass Tag ist. Auf jeden Fall. Der Cyjani hat auch... ...2 Geld. Ich habe ja eigentlich 3. Wie ja. Eigentlich. Ah! Ich wurde gekickt. Deine Aufnahmezeit ist vorbei. Ja. Gut. Ich würde sagen, war es mit der Folge. Haut rein, lass den Merkler, wenn es euch gefallen hat. Und... Wieder mit Überlänge. Tschau tschau. Tschau tschau.